Das ist Alex. Alex isst gern Quinoa. Dieses kauft Alex im Supermarkt ihres Vertrauens und fragt sich, wieso muss es immer so teuer sein? Die Verpackung kann ihr diese Frage nicht beantworten, also geht Alex zu ihrer Freundin Laura. Laura leitet den Einkauf bei der Firma Koro und kann Alex Fragen beantworten. Im Lebensmittelhandel sind lange Lieferketten der Alltag. Bauern, Kooperativen, die diese Bauern bündeln, Exporteur, ein Agent, der den Kontakt zum Importeur herstellt, der Importeur selbst, große Abfüller, Großhändler und schließlich der Einzelhandel. Jede Zwischenstufe versucht, ihren eigenen Gewinn zu vergrößern. Je mehr Händler an demselben Produkt verdienen, desto höher der Preis für den Endkunden. Alex fragt sich, wieso die Supermärkte dann nicht direkt im Ursprungsland einkaufen. Das ist ganz einfach, erklärt Laura. Durch die hohen Anforderungen des Einzelhandels sind die Normen der Händler für Verpackungen in den Regalen groß. Bedruckte Folie, Displaykartons, Aufsteller. All dies können viele Hersteller im Ursprungsland nicht anbieten. Wir bei Koro machen uns diese Nische zunutze und arbeiten direkt mit Bauern und Kooperativen in den Ursprungsländern zusammen. Der Fokus auf Großpackungen und die Flexibilität der Verpackungsart bringen den entscheidenden Vorteil. In Kombination mit einem einfachen Vorder- und Rückseitenetikett und einem einfarbigen Design, das weltweit mit einfachsten Mitteln gedruckt werden kann, gelingt es Koro, den Einkauf und zumeist die Abfüllung ins Ursprungsland zu verlagern. Diese langfristigen Partnerschaften sorgen für einen attraktiven Einkaufspreis, den wir größtenteils an unsere Kunden in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis weitergeben. Nach Ankunft in unserem Berliner Lager erfolgt der Versand an den Kunden auf direktem Weg über unseren Online-Shop. Nebeneffekte wie die faire Entlohnung der Produzenten und das Einsparen von Verpackungsmüll sind Folgen des Konzeptes, stellen jedoch nicht den Kernfokus dar. Der Fokus gilt dem Anbieten von bekannten sowie neuen Produkten zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Alex hat das Konzept verstanden. Durch das Anbieten von Großpackungen und die Flexibilität bei der Verpackungswahl kann der Preis von Lebensmitteln gesenkt werden. Sie weiß, Ihr Quinoa wird Sie ab jetzt bei Koro bestellen.